Hallo und herzlich willkommen. Heute widmen wir uns der Quest Blöder Basarius. Und ich denke die Quest wurde mit Absicht so genannt, weil Basarius an sich wirklich blöd ist. Aber wir werden uns jetzt einfach mal... Ich bin doch schon soweit. Auf zu klingeln. Danke. Dann werden wir uns jetzt einen Basarius machen. Es ist nicht gerade einer der schnellsten Monster, aber einer der Monster, die wirklich am... Sagen wir mal, am... Na, ähm... Am Verteidigungsvollsten ist. Und ich hasse dieses Monster persönlich. Aufgedeckt habe ich den schon. Ja, hab ich. Ich seh den da gerade. Wieso sprinnest du denn nicht? NEIN! Oh, ich hasse das. Bin dir schon Wutter da runtergefallen? Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. hab ich den nicht eigentlich schon nein habe ich nicht na gut da ist er den habe ich schon beim Monster Hunter 4 Ultimate bekämpft und ich habe ihn nur der ist nur schwer zu töten weil das so richtig ok das verhalten ist mir neu und dass er sich einpackt ist mir auch neu aber man kann wirklich sein Barsarios ist einer der härtesten die ich meine dann hört das ja nicht ihr abfall Oh, solche Monster... Danke für die Wespe! Ja! Was ist mit dir los? Das ist mit dir los! Du schaffst nur langsam und kaffst vor. Ich hab ihn getroffen. Ja. Das ist auch nicht einfach. Ach komm schon! Nein! Hau dich schon wieder ab! Geh da mal drauf! Geh da mal drauf! Ich hol mir diesen... Ja boah! Geh da mal drauf! Schmeiß so deine Kraft so richtig schon drauf ey! Ja! So richtig Kraft! Ich weiß nicht, ob du war oder nicht. Geh da mal drauf! Ich verflüge! Nein! Hint mir doch nicht auf die Bauchhut! Ich verflüge! Ich wende dich hin! Schmeiß so eine Pose! Ja! Du bist da so großartig! Nein! Nicht mal Feuer! Er ist wütend! Du bist da so großartig! Du bist da so großartig! Ich bin da so großartig! Ja! Jaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Nein, Scheiße, was habe ich getan? Oh, fuck, Alter. Siehst du in die Sterne? Siehst du sie? Ich habe sie für dich runtergehalten. Du zeig mir etwas dankbar, Basarias. Was ist denn, was gibt's? Deswegen war ich vergiftet. Wir reißen die Schmätze. Nooo... Oh! das kann man einfach sagen ja basarios ist einfach nur das ist mein gedanke zu diesem vier habe einfach ja ich werde mich aber dann wenn ich jetzt hier damit fertig bin bei dieser session werde ich mich auch direkt aufmachen offscreen mit ihnen weiter zu machen solange sie noch will aber ein material wird es erstmal nicht mehr geben because meine festplatte ist fast voll ich habe nur noch fünf gigabyte drauf und für ein monster mindestens reicht es noch ich sollte vielleicht mal stattdessen langsamer einkaufen gehen und hier der führer ich will laden aber ja was gibt's neues radian ja man radian ist geil Uuuuuhh Au, das war knapp als ich dachte. Jetzt sinds nur noch 4 GB. Ich mach mal so lange wie ich das noch kann. Jetzt sinds nur noch 3 GB. Scheiße. Ich mach mal so lange wie gesagt, wie lange es noch hält. Ah man, ich kann nicht mehr.